Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chino und willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. Ich wollte schon wieder It's Origin sagen. Ah, egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Wir sollten, glaube ich, zum Trauerfelsen. Was ist denn das für ein einzelner Baum? Na gut. Wir sollten zum Trauerfelsen oder sowas, hieß es? Von den, ähm, von der, von den Seelen? Ich denke mal, das kann eigentlich nur das sein fast, oder? Ja, okay, wir können nur hier hinlegen, lass mal hören. Hm. What the fuck, what the fuck? What the fuck, what the fuck? Okay. Ich dachte, die Vogel wären ausgestorben. Das sah für mich aber nach einem Vogel aus. Ähhhhh. Oh, ja, nein, nicht ausgestorben, ok. Hm. Schon so vom dunklen Nächten beherrscht oder wie man's nennen will. Ähhhhh, okay. Ah, ok... Ok, hier geht's Oh Was ist Platz Ah, ok Bäh Wir gehen erstmal hier rein Da muss auf jeden Fall eine Kiste Gehen wir mal hier runter Im Test schwimmen wir mal Ach verdammt Das ist ja scheiße Ok, ich gehe nochmal weiter hoch einfach Hä wir machen uns mal mit dem Stein hier kommen wir noch weiter so ich muss aber vielleicht erstmal in die andere Tür ach Gott, ich wollte gerade springen ich schwöre ich muss vielleicht hier irgendwo landen komm hervor, komm hervor, kommt her, traut euch her verdammt Gott, 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 nein, niemals, niemals niemals, niemals, niemals verdammt einfach hier uns gechallt oh, da sind Kisten das ist hier doch bestimmt irgendwo ein Geheimgang, oder? das sieht nicht so aus, als wäre da irgendwie das ist hier das ist hier das ist hier nicht so aus, als würde ich Das ist doch so cool! Hä? Dann müssen wir wohl doch nicht mehr in anderen Räumen... ...weil der Kiste müssen wir dann später mal schauen. Lass mal hier rein. Ah! 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 Hier ist ein Drück-Rombo, oder? Ja, das muss man wohl auch finden. Kraft der Nächste!